Ja, herzlich willkommen ihr Lieben zu diesem Video, bei dem es darum geht, was ist der Unterschied zwischen einer Landesseite und einer Blogseite. Und ich möchte das mal am Beispiel erklären. Nehmen wir an, du bist Fotograf vielleicht oder Fotografin und möchtest gerne Fotokurse anbieten und möchtest Teilnehmer für deine Fotokurse gewinnen. Dann ist es eine gute Idee, einen Blog zu schreiben, also einen Blog zu verfassen, wo du zum Beispiel Beiträge zum Thema, wie mache ich gute Porträtfotos, wie mache ich gute Landschaftsaufnahmen, welche Kamera ist geeignet für was, was ist ein gutes Stativ und so weiter. Also eine Blogseite zu schreiben, indem du einfach hilfreiche Tipps und wertvolle Informationen für deinen potenziellen Kursteilnehmer gibst, weil die Blogseite zieht natürlich Leute an, die sich für das Thema Fotografie interessieren, die Fragen auch typischerweise haben, die du auf so einem Blog beantworten kannst und die dann auf deinen Blog kommen und dich im Rahmen des Blogbesuchs eben kennenlernen. Als zweites gibt es, das kennst du sicher auch, Landesseiten. Was sind Landesseiten? Bei Landesseiten geht es um was anderes. Eine Landesseite hat das Ziel, dass sich jemand in einen E-Mail-Newsletter zum Beispiel einträgt. Machen wir ein Beispiel. Du hast einen Blog und das Blog behandelt auch das Thema Porträtfotografie. Jetzt interessiert sich jemand für Porträtfotografie, wo du natürlich auch einen Kurs anbietest. Der kommt kurz auf deinen Blog, sieht vielleicht die fünf besten Tipps oder sieht vielleicht irgendeine Antwort auf eine Frage, die er hat, weil Google ihn da hingeschickt hat. Der geht wieder weg und vergisst dich. Also ist es sinnvoll, jemanden, der deinen Blog besucht, darum zu bitten, sich in deine Newsletter einzutragen, sodass du ihn zum Beispiel über die nächsten Termine für deinen Porträtfotokurs informieren kannst, damit er sich anmelden kann. Dafür gibt es jetzt Landesseiten. Sinnvollerweise baust du eine solche Struktur so auf, dass du in deinem Blog zum Beispiel das Thema Porträtfotografie oder ein Teilthema davon, zum Beispiel wie pose ich richtig, also welche Posen sind richtig oder sind gut für ein Porträt, dass du dieses Thema hier in deinem Blog umfassend beantwortest. Das heißt, eine Blogseite typischerweise ist von der Länge her lang. Die behandelt verschiedene Fragestellungen, verschiedene Aspekte, alle möglichen Infos, vielleicht Beispiele mit Fotos, Beispiele mit Videos, Infografiken. Du hast vielleicht Bullet Points, also diese Hauptstichpunkte. Du hast Zwischenüberschriften, vielleicht auch eine Seitennavigation, sodass jemand auf einer Blogseite, einem Blogbeitrag, alle Informationen zum Beispiel zum Thema Porträtfotografie bekommt. Also ich schreibe das mal auf. Die Seite ist lang, sie enthält Bullet Points, sie enthält Gliederungen oder eine Gliederung, sie enthält Infografiken, vielleicht Videos, sie enthält Fragen und die Antworten dazu und so weiter. Das heißt, eine Blogseite kann im Prinzip theoretisch unendlich lang sein. Früher hat man gesagt, man soll keine so langen Seiten machen. Heute ist das anders. Der meiste Traffic kommt mobil, das heißt mit Smartphones oder Tablets. Und da ist Seiten wechseln, hin und her springen eigentlich eher umständlich. Heute wird gescrollt. Die Leute machen mit einer Geste, scrollen sie den Bildschirm nach unten. Das heißt, die Seite kann durchaus lang sein. Eine solche Seite ist aber typischerweise nicht geeignet, um Newsletter-Abonnenten zu finden, weil die sind hier im Thema mit drin. Aber was du auf so einer Seite sehr gut machen kannst, ist, sagen wir mal, einen andersfarbigen, einen roten oder gelben Kasten, in dem du sagst, willst du weitere Informationen oder willst du diese Checkliste, diesen Beitrag zum Beispiel als PDF haben, als PDF-E-Book haben. Und hier machst du auch nicht direkt eine Eintragemöglichkeit, sondern du machst einen Link. Und der Link, der führt auf unsere Landesseite. Und was findet der Besucher der Landesseite jetzt auf der Landesseite? Im Grunde sieht er, was er hier im Kleinen gesehen hat. Idealerweise machst du hier so ein kleines Bildchen von deinem Buch oder deiner Broschüre, in der du eben darstellst, was da drin ist. Das ist E-Book, die besten Tipps für Porträtfotografie. Auf der Landesseite baust du die Seite in etwa so auf. Ist erst mal eine Überschrift. Da kann noch eine zweite Überschrift sein und es kann darüber so eine kleine Vorüberschrift sein. Was da reinkommt, sag ich gleich. Danach gibt es ein sogenanntes Visual, also ein Bild oder ein Video, in dem du was erklärst. Und rechts daneben nochmal so, naja, drei Hauptnutzen, drei Hauptnutzenpunkte, wo du erklärst, was für Nutzen dieses E-Book zum Beispiel hat. Das Ziel der Landesseite ist, dass derjenige, der da hinkommt, sofort erkennen kann, um was geht's. Das heißt, in dem Visual sieht er, okay, das ist ein E-Book oder es ist irgendwas anderes, was vielleicht in einem Video erklärt wird. In der Überschrift steht der Hauptnutzen. Da könnte zum Beispiel stehen, mach bessere Porträts mit Hilfe meiner Fünf-Punkte-Checkliste, die du dir hier herunterladen kannst. Das wäre zu lang für eine Headline. In der Headline würde man wirklich schreiben, bessere Porträts mit Hilfe meiner Fünf-Check-Punkte-Liste. Darunter könntest du schreiben, das wäre dann diese Unter-Headline, hol dir jetzt gratis den Leitfaden für bessere Porträts, also eine Handlungsaufforderung. Und darüber kannst du optional noch eine kleine Headline schreiben. In dieser kleinen Headline wird die Zielgruppe angesprochen, zum Beispiel für alle, die bessere Porträts machen wollen oder für alle Hobbyfotografen, die ihre Porträtfotografie verbessern wollen. Also Zielgruppe, der Hauptnutzen, die Handlungsaufforderung als Text formuliert. Links daneben ein Visual, ein Bild und rechts nochmal die Hauptnutzen dieses E-Books oder dieser Anleitung. Als Hauptnutzen könnte zum Beispiel stehen, attraktive Posen für Models. Das wäre also einer der Inhaltspunkte. Das zweite ist die richtige Beleuchtung, damit das Foto strahlt. Das dritte ist, wie du dein Model auflockerst, dass es freundlich lächelt. Das wären also so drei Themen, wo du sagst, das interessiert die Leute. Das sind typische Probleme, die bei der Porträtfotografie passieren. Und dann kommt das Allerwichtigste. Das ist nämlich hier der Call to Action. Ich schreibe mal CTA. Das ist der Button, auf dem draufsteht, jetzt herunterladen oder jetzt gratis herunterladen. Also das ist das Grundkonstrukt deiner Seite, deiner Landesseite. Headline mit dem Nutzen unter Headline mit der Handlungsaufforderung über Headline mit der Zielgruppe. Drei Hauptnutzen, Visual und eine Handlungsaufforderung. Diese Seite hier, die ist nicht lang, die ist kurz. Die bringt das Thema kurz und knapp auf den Punkt. Die Seite ist nicht für Google-Indizierung gedacht. Google will solche Seiten haben. Das heißt, deine Interessenten, deine Besucher kannst du über einen Blog mit solchen umfassenden Themenseiten einsammeln, führst sie dann auf die Landesseite und dort haben sie nur eine Möglichkeit, nämlich Call to Action, also sprich zum Beispiel was runterladen, was anfordern, sich eintragen oder etwas zu bestellen. Also Landesseite, kurz auf den Punkt gebracht, Blogseite, lang, umfassend, Thema aus unterschiedlichen Perspektiven, mit dem Ziel hier Interessenten zu gewinnen, Vertrauen aufzubauen, dein Know-how auch zu zeigen. Das hier hat das einzige Ziel, den Interessenten einzusammeln, damit du ihn auf einer E-Mail-Liste später kontaktieren kannst. Ich hoffe, das ist klar geworden. Mehr Tipps zu Landesseiten und zu Blogseiten und zu Traffic findest du in diesem Kanal, in den vielen weiteren Videos, die nach und nach produziert und auf dem Kanal veröffentlicht werden. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, gib dem Video bitte einen Daumen hoch und abonniere den Kanal, damit du auch zukünftige Videos nicht verpasst. Bis dann, dein Ralf.